Wir haben ja heuer durch einen Fahrradkollegen, habe ich die Ehre gehabt, der hat mich eingelahnt, Doppelberg-Europameisterschaft Motorrad Juhlbach. Der hat mich angerufen und gesagt, du bist bei Juhlbach gefahren, es war noch ein Platz frei. Ich habe gesagt, du bist sicher, bin ich dabei nicht. Dann sind wir halt dort mit den Performern am Berg aufgefahren, was die Motorradl Bergstrecken ist. Wir sind da noch einmal aufgefahren und die Leute haben das richtig gut angenommen. Was mich dann sehr überrascht, er hat dann gesagt, bleibst Siegeährung? Ja, eher nicht, weil die Freundin muss arbeiten. Nein, bleib bei der Siegeährung. Schau dir das einmal an, weil sowas hast du noch nie gesehen. Was mich dann sehr fasziniert und sehr gewundert hat, bei der Siegeährung haben sie uns als Showfahrer eigentlich auch aufgeholt und die FIM, die Kommisseure, die dort waren, die haben auch gratuliert. Super, nichts passiert, taugt uns, schön, lässig. Wir haben dort noch ein Andenken gekriegt und dann bin ich natürlich zur Siegeährung komplett geblieben, nicht, weil es war recht ein Gaudi-Tutten.